Musik Und so war das auch heute. 18.000 in St. Gallen mit dabei. Was für ein Abend, trotz zuletzt schwacher Resultate und angebliche Krisenstimmung. Das St. Galler Stadion heute eine Art Choreografie. Picasso stark, der Basler Anhang ebenfalls anwesend mit einer Darbietung. Fröhlich, farbig, stimmig und als Kontrapunkt dazu die gestressten Gesichter der beiden Trainer. Murat Yakin und Chef Saibene. Yakin musste erneut umstellen. Ich habe es gesagt, Chef Saibene wollte umstellen. Und zwar gerade auf vier Positionen. Eine überraschte, nicht Dani Loppa, sondern Marcel Herzog. Steht zwischen den Pfosten zum zweiten Mal in dieser Saison. Es soll ein Zeichen an die Mannschaft sein. Und dieses Zeichen, das Schien erkannt. Der FC St. Gallen mit starkem Beginn. Das ist Witt Kiewie, ist die Flanke, Scher verpasst. Karanovic! Der FC St. Gallen schießt keine Tore. Warum? Darum schießt er keine Tore. Sie treffen das Tor nicht mehr. Basels Dreierverteidigung anfänglich etwas unsicher. Glück für Rot-Blau, dass Karanovic im entscheidenden Moment in Schieflage gerät. Basel braucht genau ein paar Minuten, um die Kompetenzen der Dreierabwehr neu und nachhaltig zu regeln. Fortan klappt das tadellos. Im Spiel nach vorne dauert es etwas länger. El Neni, das ist Foser, Delgado, dann kommt Stocker, 1 zu 0 für den FC Basel. 21. Minute, bitte für St. Gallen. Der Treffer hätte nicht zählen dürfen. Hier, klares Handspiel von El Neni, nicht geahndet, nicht gesehen. Was dann kommt, ist eiskalt von Basel und holprig verteidigt von Grün-Weiß. Die Innenverteidigung mit Rousseau und mit Bale, die macht nicht den besten Eindruck. Das Debakel von Thun ist bei St. Gallen noch nicht abgehakt. Die Ostschweizer zwar bemüht und bis zum Straffrahmen auch ganz gefällig, aber dann geht es irgendwie nicht mehr weiter. Keine Kreativität, kein Mut, Natter aus der Distanz. Viel mehr Torgefahr gibt es nicht. Basel zunehmend hat es leicht, das Resultat zu verwalten. Und Basel hat auch weiter etwas Glück, als Wittkiewie übermotiviert Safari von den Socken pustet. Revanchiert sich der mit einer Tätlichkeit. Zu allgemeinen Erstaunen aber wird Wittkiewie es nur verwandt. Safaris Tätlichkeit, sie bleibt ungestraft. Jeff Saibene regt sich fürchterlich auf. Und noch während Saibene vor sich hinkocht, führen die Basler den Freistoß aus. Und nicht nur das, sie decken St. Galler Schwächen schonungslos auf. Delgado, Delgado, immer noch Delgado, spaziert wie durch Butter. 0 zu 2. Statt einem Mann weniger haben die Basel jetzt zwei Tore mehr als St. Gallen. Eine Körpertäuschung und dann schlittert der ganze St. Gallen Abwehrverbund ins Nirwana. Russo im Speziellen sieht da alles andere als locker raus. Und das hat nun wirklich nichts mit falschen Schiedsrichterentscheidungen zu tun. Das ist schlichtweg schlecht verteidigt. 0 zu 2. 37. Jeff Saibene nachdenklich mittlerweile, trotz viel Aufwand und viel Ball besitzt, liegt St. Gallen erneut im Rückstand gegen einen FC Basel, der zwar nicht brilliert, aber in wichtigen Situationen alles richtig macht. Zweite halbe Zeit. Stocker. Delgado und Herzog mit einer ganz starken Parade. Jackin lässt Basel in der zweiten Hälfte höher agieren und das stellt St. Gallen vor unüberwindbare Probleme. Das Offensivspiel ist gelähmt und in der Abwehr gerät St. Gallen immer mehr Unterdruck. Ein Wurf, das ist Foser. Stocker. Rumps. 0 zu 3. 55. Minute. Valentin Stocker mit seinem zweiten Treffer heute. Das schürt das Interesse von Hertha BSC. Clever von Stocker gemacht, der sich dreht, aber es ist auch kaum Gegenwehr auszumachen. Russo in St. Gallen, Innenverteidiger Nummer 4, erneut heillos überfordert. 0 zu 3 ist rot, das nächste St. Gallen-Debakel, denn Grün-Weiß gibt sich auf. Scher, der Innenverteidiger. Klasse Zuspiel auf Sio. Sio. Beinahe das 0 zu 4. Trotz ausgeglichenem Ballbesitz ist es mittlerweile ein Klassenunterschied. Basel spult das ganz, ganz clever runter. Sio. Gegen 4. Dann das Foul von Bale und dafür gibt es für ihn die nächste gelbe Karte. Es ist die 15. gelbe Karte für Stefan Bale im 27. Spiel. Das ist Liga-Rekord. So viel Gelb hat seit über 10 Jahren keiner mehr gesehen. Der Freistoß Sio. Spektakulär akrobatisch, aber nicht von Erfolg gekrönt. Der FC Basel hat es in der zweiten Halbzeit extrem leicht, Resultat zu verwalten. Und einer seinerseits oder andererseits noch zu weiteren Toren zu kommen. Dann ist vorbei, St. Kallen bleibt im vierten Spiel ohne Sieg und ist jetzt 362 Minuten ohne Torefolg. Murat Jakins, FC Basel dagegen, hat nach einer souveränen, abgeklärten Leistung vorgelegt und ist im 27. Spiel hintereinander ungeschlagen. Die sind auf Meisterkurs. Die K. Spiel gefunden, wo wir auch die Räume gefunden haben und dementsprechend auch, glaube ich, verdienen heute 3-0. Das ist eine Sache von Qualität. Basel braucht nicht viel. Die Spieler teilen gleich, mehr oder weniger. Sie haben zwei, drei Chancen, machen Goal. Wir haben am Anfang auch riesige Chancen und machen sie nicht. Ich denke, das ist einfach die Wahrheit. Wir haben uns alle sehr viel vorgenommen vor dem Match. Es ist für uns als Mannschaft wirklich sehr schade, dass wir heute nicht belohnt worden sind. Im ersten Jahr hatte ich mich ein bisschen genervt, weil wir wirklich einfach nur die Chancen gehabt haben zum Goal und nicht viel mehr haben können rausspielen. Und von dem haben wir sicher zweiternahmen müssen die Schiebe drauflegen. Es tut schon gut, drei Punkte hier in St. Gall, oder? Ja, ich weiß nicht, wie lange es her ist, wenn wir da jetzt haben gewonnen können, aber umso schöner ist der Sieg heute, ja.